Die Arbeiter wurden daran gehindert, die Fabrik zu verlassen und wollten die Lagerbestände retten. Stapel von Kickteam. Die Notausgänge der Fabrik waren abgeschlossen und die meisten Fenster von außen verbarrikadiert. Die Arbeiterinnen verbrannten bei lebendigem Leib. Make, kick, pay! Am 12. September 2012 verbrannte eine Textilfabrik in Pakistan, Ali Enterprise. Über 250 Menschen starben und 55 Menschen wurden verletzt. Gerechtigkeit für die Opfer des Fabrikunglücks Ali Enterprise. Wir fordern langfristige Entschädigungen durch Kick. Mach mit bei der Kampagne. Make, kick, pay! Über 250 Menschen verbrannten bei lebendigem Leib. An dem Tag des Brandes produzierte die Fabrik Jeans für den deutschen Discounter-Kick. Make, kick, pay! 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 1. September 2012 Die Fabrik Ali Enterprise ging explodierendartig in Flammau. Über 250 Menschen starben. Die schlimmste Industrie-Katastrophe in Pakistan mit 100 Menschen. Nach drei Jahren warten die Abfahrt immer auf die avisierte, langfristige Entschädigung durch Kick. Make, kick, pay! Kick refuses to provide long-term compensation. Kick refuses to pay. Wir fordern langfristige Entschädigung für die Opfer von Ali Enterprise. Make, kick, pay! 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 Zitzen, die Zitzen, die Zitzen sind.